Der ist ja instant dran mit seinen Spezialmoves. Das ist geil. Der ist ja instant dran mit seinen Spezialmoves. Es sagt auch, dass Grasper ist, Elena. Forget die verdammten Buch. Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Ich werde nicht passieren. Meine Mutter, ist sie dead? Dear, du musst hier weg. Aber ich kann nur meine Mutter bleiben. Es ist gefährlich hier. Komm, das weg. Watch out! Stop it! Mom... Mother... Mother is... No! 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 I'm sorry. There was nothing that could be done. My brother, I am more like you than you believe. Ryudo... How many times must we act out? This damn metal... Pigant... I'll never forgive them nor wall man. It is dangerous for you to be here. You must leave this town. Okay... Okay... Aber erst die Seeds. Diesmal vergesse ich sie nicht. Okay... Seed of Moves. Hm... Das ist sozusagen... Ja... Maximum... Zehn. Her damit. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal drei kann. Also... Du brauchst Spells. Agilität. Habe ich neun Stück. Ihr seid schon recht schnell. 187. Sie ist langsam. Lass man sie auf einen... Ungefähr... Ungefähr den gleichen Wert bringen. Dann haben wir noch vier. Eins, zwei, drei... Und noch eins mir. Speed. Diesmal lang... Oh... Du brauchst Speed. Man. Sie am höchsten. Kriegst du alles. Gut. Die Stats wurden auch gepusht. Hm... Ich liebe es, wenn man gleich mal recovern kann. Und jetzt müssen wir raus aus der Stadt. Gut. Roarhills anscheinend. Special stage. This field area is a place where you can enjoy combat without regard to the process of the story. Aua. Äh... Soll ich dann wirklich hier? Also, ja klar. Ähm... Hier kann ich... Sozusagen... Ah... Lass mich raten. Ey! Na okay. Dann schauen wir uns dieses Special Stage mal genauer an. Ein kleines Training... Ist wahrscheinlich nicht... Gerade dumm. Wow! Sind die stark? Hm... Scheint nicht so. Oh, bei dir geht's auch schon fast instant. Oh, ho, ho, ho. Äh... Sind die Gegner überhaupt noch stark? Oh, das war eine Fliege. Ähm... Mit so schwachen Gegnern... Ich... Schaue lieber mir es nochmal an. Gehen wir mal aufs Boot. Wenn es sonst nur so billige Gegner sind, dann glaube ich, ist dieses Gebiet... Unnütz. Außerdem waren wir hier doch schon mal, oder? Hula! Hula! Oh, Gegner? Irgendwo? Jetzt habe ich die Initiative. Und die Gegner kann ich einfach niederstrecken. Das stimmt leider voll... Oh! Ey! Uff, so schnell zu rennen. Seid ihr auch billige Gegner? Äh... Ein bisschen mehr. Na, okay. Die halten ein bisschen mehr aus. Das akzeptiere ich. Feuer ist gegen sie schlecht. Wie sieht's mit Wind und... Schock aus. Oh! Ok... Elektrische Sturm! Schau mal... Der macht doch einen neuen Sound mit seinem Schwer. Oh, die Erfahrung ist doch gar nicht mal so schlecht. Äh, wo wollte ich dorthin? Schauen wir mal. Ach, ganz ehrlich. Wenn das bloß so ein Special Stage ist, brauchen wir das, YouTube? Ich glaube nicht, oder? Ich gehe einfach mal davon aus, dass dieses Gebiet da ist, um noch vorm Ende möglicherweise zu trainieren in aller Ruhe. Sozusagen eine Möglichkeit gegeben. Aber das haben wir nicht nötig, YouTube. Mit den Coins sind wir schon voll. Und was uns nur noch bleibt, sind Erfahrungspunkte, Level. Und die kriegen wir bei den mickrigen Erfahrungspunkten. Vielleicht eins, wenn wir da durchgehen. Zwei vielleicht noch. Ja, wo muss ich denn hin, wenn ich jetzt da fertig bin? South? Mal schauen. Ah ja, gut. Hier bin ich richtig. Das ist ein Mockery. Marek did not give his life for this. Ich will kill him. Ich will kill them all. Ryudo, you must not allow your heart to be filled with anger. Oder you will be as your brother was. Das ist nicht mean for anger, aber für... ...suffering. Even if we want to destroy them, we still do not know how to release the Horns of Velma. If you were to join in battle, you would simply become possessed by Velma. You miserable human beings. Witness the birth of your new God. This is the time of judgment. I thought. Okay. Woe mein Problem? Walmas found me. It would be pointless to try and make a run. For at its point. Where would we go? No, there is no escape. There must be a way. A way to kill them. A way to bury them. Bury? That's it. Grace. What are you talking about? The Creum royal family has a mausoleum. That only those of royal blood may enter. And only during funerals. It was there for my mother's funeral. It may be that the history of the people of darkness rests there intact. The record of the royal family who fought on Velma's side. We may discover something we can use. There is no time to spare. The royal mausoleum is to the south. You must hurry. Okay. Das war einfach. Ja, und jetzt? Was jetzt? Was macht er? This cannot be. The oaths were strictly followed. There must be something. Tio, is something wrong? I see. This is the entrance. Huh? But there is no way in? No, it is here, without a doubt. But the door will not open. Opening the entrance requires a control metal, which powers up the system. And now... I have the metal. So there was another door that's sealed in the darkness. Roman's metal given to Tio. Then I shall open the door. The door is open. Everyone, please go out. Ich hätte gedacht, da ist jetzt nicht... Okay, wir gehen raus. Never mind. Dann gehen wir halt raus. Und jetzt? Irgendwo? Ist hier? Ah! Birthplace of the Gods. Da bin ich ja jetzt mal äußerst gespannt. Natürlich, die Leute der Dunkelheit haben natürlich wieder ein Gebiet hier. Das Böse ist... He who worship light shall gather round. The wonder of the blue earth, the red sun and the yellow moon, then scatter. However, all he who falls to the worship's light and is disconnected... Discontent and its power he shall know. Only permanent midnight. Bööö. Ja. Okay. Ich muss erst irgendwas aktivieren. Ich weiß nicht, wie sie es angehört hat. Gold. Brauch ich überhaupt noch Gold? Äh, blaue Tür. Komm ich nicht rein. Oh, ein riesiger Yeti wieder mal. Oh, er hat mich gesehen. Jetzt habe ich ihn erwischt. Ich habe die Initiative ergriffen. Und... Macht gleich volle Power. Weil wir werden sowieso gleich wieder beim... ...bei dem einen Punkt zurückfahren. Ich glaube, das reicht sogar. Der macht echt neues Schwertgeräusch. Das hat er das hier, glaube ich, nie gemacht. Ich kann mich nur schwer daran erinnern, dass er es jemals gemacht hat. Oh je, Irrgarten. Lass mal hier schauen. Okay, gut. Dann habe ich den Weg schon mal abgeklärt. Was ist hier? Auch nichts. Sehr gut. Dann sind meine Wege klar. Zwei Yetis. Hm. Hm. Überraschung. Zauber. Yeti. Ihr seht eher aus wie... ...ja, Waldbewohner. Also warm angezogen. Vielleicht mögt ihr keine Hitze. Oder mögt ihr vielleicht keine Blitze. Am besten leidest. Oh Gottchen. Ein Zap reicht aus. Die geben ja auch kaum Coins. Ja gut, wir brauchen auch keine Coins mehr. Das ist cool. Kommen wir schneller durch, wenn die Gegner relativ einfach sind. Okay, da ist irgendwas Blaues. Oh, schau mal an. Was da ist? Eine Kiste. Coins brauchen wir kaum noch welche. Oder Gold? Braucht man Gold überhaupt noch? Wo sollen wir denn noch einkaufen? Bitte schön. Und, äh, ich will euch erwischen. Jetzt. Haha. Nochmal. Ah, du hast keinen Zap. Vielleicht ziehen wir jetzt... ...oder du bist schneller. Ich glaube, schießt wieder schneller. Reicht denn Zap auch für die komischen Augenhunde? Nicht ganz, nicht ganz. Rage und Führung! Oh, ähm... Oh, das war ein Wälder. Nicht so stark, aber es geht. Und die geben Magie-Coins. Boah. Boah. Den zu erwischen ist schwierig. Hm. Ihr habt... Probieren wir mal einen normalen Angriff. Fiora. Das macht, glaube ich, einen Magie-Block. Movement-Block. Lästig. Das muss ich heilen. Ah, ihr seid zu Eis. Fiora und das... ...ist eher Eis. Ha! Magie-Block. Sehr gut. Machen wir den jetzt. Wir wonnen aber haben... Oh, die geben gute Stuff. Haben aber ordentlich Movement-Block. Halt, 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 wer? Du? Green, Poison... Nein. Ah, das da ist das Richtige. Refresh. Und das kostengünstigste noch dazu. Ah, sehr schön. Hier komme ich eine... Na, da komme ich nicht hin. Die Yetis schon wieder. Die Yetis. Sehr gut. Das geht schnell. Ein Set und wechseln sie. Blue. Die lassen doch nicht Bomben droppen. Hier sind die Bomben... Salopentine. Da kann man doch auch gut leveln. So, hier ist sowas komisches. Ah, okay. Ich hätte vielleicht erst schauen sollen, was in dem anderen Raum war. Wo komme ich da? Ah, sieh mal einander. Sehr gut. Und weiter geht's. Da oder da? Wer ist denn hier? Hm, das ist ein Spiegel, wie es scheint. Okay. Ah, haha. Genius. Heroes Cruiser. Ja, ein bisschen Heilung. Was habe ich? Aua. Habe es Power auf dem... Ah, nein. Das ist zu mächtig. Hier, bist du ein Hero? Ah, du bist auch ein Hero. Ja. Nimm du das. Heilt man es halt bei Rhone ein bisschen. Das war alles hier. Hier geht's hoch. Ähm, ja. Hier komme ich nicht durch. War hier vielleicht doch noch irgendwas anderes? Da oben ist so ein Stein. Das verschieben kann ich auch noch. Muss ich vielleicht den wieder deaktivieren? Kann ich den überhaupt deaktivieren? Ja, das kann ich sogar. Da muss ich vermutlich erst was anderes machen. Rote Tür. Rote Tür. Ich muss erst das Rote... blaue Tür. Halt, blaue Tür. Das wird dann vermutlich geöffnet, wenn ich... das mache. Dann muss ich vermutlich... den Weg hier außenrum wieder laufen. Na, hier geht's nicht lang. Vielleicht... Ah, jetzt ist die andere Tür offen. Lass mich rachten. Ja, die Tür ist offen. Eagle. Und diesmal überrasche ich ihn sogar. Ihr seid Eiselementar. Feuer. Eindeutig Feuer. Flamme. Fast. Fast ausreichend. Ich bin froh, dass wir sicher sein müssen. Helena, zu wem betest du denn überhaupt noch? Das hat doch gar keinen Sinn mehr. Okay, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier können wir den einen Stein holen. Oder Kristall. Zauber. Flamestone. Ein Stein. Hatte ich also recht. Wunderbar. Jetzt müssen wir... schauen, dass wir noch so eine Kugel öffnen. Hier ist komischerweise die rote Tür offen. Hier ist rot, rot. Lass mich raten. Die rote Tür ist die nächste. Nein, 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 nein. Nein. Ich hab so eine Wut. Da muss ein Hellburner her. Ah, ist die schnell. Ah, ist das geil. Wunder... Schöön. Ich hab so eine Kugel. Ich hab so eine Kugel aus.